Wie oft soll ich das noch beginnen? Wie oft? Tja, solange wieder ein Pop auftritt. Ich verstehe jetzt nicht. Keiner überholt mich und trotzdem ein zweiter. Von 1 auf 2. Ohne, dass mich jemand überholt. Ist das nicht krass? So, ich... Ne, also, da werde ich gleich mich beschweren, wenn das so weitergeht. Und das Videobeweis drüber schicken an die Entwickler. Okay. Okay. gut also es kommt meistens so in der vierten oder in der siebten runde vor also ich könnte schon mal festhalten dass das spiel verpackt ist da können leute sagen was sie wollen das spiel ist leider verpackt auch wenn ich das auf dem emulator spiele trotzdem auf der plästischen selbst wenn ich auch der playstation 2 spiele habe ich diesen back immer wieder immer wieder erlebt dass auch einmal jemand vor mir ist und ich dann zweiter bin obwohl er mich nicht überfüllt hat so jetzt sind alle in der schlange aber wenn die alle verbreitet sind ja so nach dem motto alle auseinander und jeder auf irgendeine ecke dann kann es wirklich passieren dass das spiel mich auf den zweiten platz bringt obwohl ich keine einfach holt hat und das ist das was mich so an ich bin froh wenn wir diese strecke hinter uns haben weil das ist wirklich die verpackte strecke überhaupt überhaupt sagen ach egal ich will nur nicht zweiter werden durch diesen verdammten bug so jetzt passen wir noch mal gut auf ich bin erster noch hat mich keiner beruhigt jetzt sind wir aber schon eher auseinander gerissen und da habt ihr den beweis es hat mich keiner überholt und bin trotzdem zweiter geworden was ich irgendwie komisch finde ich könnte das spiel dafür hassen eigentlich mag ich ja das spiel aber so ein bug hat kaum erlebt nur einmal auch der playstation 2 und hier kommt er so dreckig oft vor dass ich klack kopfen könnte so und ihr seht jetzt sind alle auseinandergerissen jetzt kann es wieder passieren dass ich auf einmal zweiter bin obwohl mich keiner überholt hat das ist der achte platz das kann man daran erkennen dass ich immer noch erster bin das kann man daran erkennen dass ich immer noch erster bin das kann ja noch ein weiterer spaß werden hier mit diesem rennen noch ist alles noch aber jetzt bin ich zwischen dem siebten und dem achten platz also quasi habe ich da ein loch reingerissen zwischen dem siebten und dem achten platz so auch in der runde kann es passieren dass ich zweiter werde durch den bug runde 8 und 9 vertraue ich da dass das nicht passiert also runde 7 traue ich nicht dass ich erster bleibe das wird passieren aber dann soll man erst nichts sonst ja ist dann doch nein wir haben glück bleibt unser glück please bitte 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 Vielen Dank. Okay, letzte Runde und ich vertraue ihr, dass ich erster bleibe. Okay, diese Pfeffchen hat das von mir, auch den habe ich so übergründet. Ich weiß, das klingt immer so, als wäre ich auf dem letzten Punkt im Netz gewesen, aber nein, wenn ich sage überrundet, dann heißt es, dass der in der achten Runde ist, wenn ich in den Marken herumdödel und wir haben es tatsächlich geschafft, nach fünfmal betrunken werden. Ey, die Karammer, ich fasse es nicht, bis zum nächsten Mal und ciao.